Ein Besuch im Gasthof zur Post ist ein ganz besonderes Erlebnis. Der Traditionsbetrieb in der Altstadt von Althofen besteht schon seit dem 13. Jahrhundert und begeistert Gäste jeden Alters mit urigen Gaststuben, die im mittelalterlichen Stil eingerichtet sind. Hier serviert ihnen ein freundliches Team, bodenständige Hausmannskost und die verschiedensten Kärntner Spezialitäten, wie zum Beispiel schmackhafte Ripperl- und Käsenudeln sowie köstlichen Kaiserschmarrn. Bekannt ist das Lokal außerdem für seine vielfältigen Biersorten und seine hervorragende Auswahl an delikaten Weinen. Im Sommer lädt der große Gastgarten zum gemütlichen Verweilen ein. Zusätzlich gibt es einmal im Monat unterhaltsame Livemusik. Wer möchte, kann die Räumlichkeiten gerne für private Feiern nutzen und in einem der sechs Zimmer übernachten. Frühstück inklusive. Gasthof zur Post – ein Highlight für all jene, die mittelalterliches Flair genießen wollen. «Itsaar to another, die mittelalterliche Schmarrn» die »sie« im Säkerberg – ein Highlight für alle gewöhnliche Verweilen. Geist ein Iktivärn » Untertitelung des ZDF, 2020